Leerstehende Wohnungen erfolgreich zu vermieten, das ist heutzutage ein rechter Challenge. Verwaltungen führen potenzielle Mieter nur zu Bürozeiten durch das Objekt durch. Da kommt Rolf Wiernsberger ins Spiel. Er geht die extra Meilen. Er ist auch am Wochenende oder zu Randzeiten da und das schätzen potenzielle Mieter sehr. Darum kann ich Rolf Wiernsberger vorbehaltslos weiterempfehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017